Hallo, ich bin Susanne Lenert. Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und habe einen erwachsenen Sohn. Ich bin selbstständig tätig als Diplom Agraringenieurin. Seit 20 Jahren lebe ich hier in Ostbevern und habe mich von Anfang an für die Gemeinde engagiert. Ich bin seit 2009 für die CDU aktiv und seit der letzten Kommunalwahl im Kreistag für Ostbevern vertreten. Auch für die diesjährige Kommunalwahl hat die CDU wieder ein starkes Team aufgestellt. Im Wahlkreis 8 werde ich unterstützt durch meine Stellvertreterin Karin. Hallo, ich bin Karin Pelz, bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Söhne. Ich arbeite im Clemens Hospital auf der Kinderintensivstation jetzt schon ungefähr 20 Jahre. Da ich noch Zeit übrig habe, habe ich gedacht, dass ich Susanne gerne unterstützen würde in unserem Wahlkreis. Und jetzt nehmen wir euch mit in unseren Wahlkreis. So, das war der Blick in den neuen Teil unseres Wahlkreises. Das soll nicht der letzte sein. Wir sehen uns bald wieder. Gemeinsam für Ostbevern.